Showa Isa, 42 cm Missai, Ansext. Also keine männlichen Merkmale, es kommt kein Sperma. Wir haben es probiert, also am Abgestritten kommt nichts. Flosse ist auch noch im Bereich, dass man schauen kann, das ist weiblich. Also sagen wir mal Ansext, mehr Richtung weit als man. Fluge auch weiblich. Ansonsten interessanter Showa, hat gutes Sumi, gutes Penny. Also die Qualität vom Sumi und Penny ist wirklich gut. Hat interessante Zeichnung. Ein schönes Flossen. Direkt der Körper. Entmaß hier 70 von der Schatten. 80 glaube ich nicht. Aber jetzt muss man ja nicht jeder für 80 sein.